Willkommen zu einem neuen Video, meine Lieben, zum Thema Germany's Next Topmodel. Die ehemalige Gewinnerin Simone Kowalski hat sich in einem Instagram-Livestream kritisch zur Show geäußert im Zusammenhang mit einer ehemaligen America's Next Topmodel-Kandidatin. Die haben da so miteinander gequatscht. Ich habe mir das tatsächlich auch angehört. Und was der Vorwurf war oder was generell die Kritik von Simone an der Show ist, das erfahrt ihr jetzt. Meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Endlich wieder Germany's Next Topmodel, wenn auch nicht unbedingt in einem positiven Zusammenhang. Aber ich dachte, wir sprechen trotzdem einfach mal darüber. Deswegen hoffe ich, dass ihr hier an meiner Seite seid und auch sachlich kommentiert. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr das Gefühl habt, das ist ein cooles Video oder generell eine interessante Thematik. Einleitend möchte ich sagen, dass man generell Sorgen, Ängste, Gefühle, Empfindungen oder erlebte Sachen ernst nehmen muss. Also nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel Topmodel. Wenn jetzt 100 Kandidatinnen sagen, das war das beste Erlebnis aller Zeiten und eine Kandidatin sagt, für mich war es der absolute Albtraum, dann heißt das nicht, dass die anderen alle recht haben und die nicht, sondern Erfahrungen, Erlebnisse, Gefühle sind einfach individuell. Deswegen nehmen wir das Thema ernst, machen uns bitte nicht lustig darüber. Und ich erzähle euch jetzt erstmal so ein bisschen, was passiert ist. Ich werde auch gleich noch ein paar Zitate vorlesen. Ich erkläre euch auch, warum ich hier keine so wirklichen Szenen reinschneiden kann, weil ein Teil dessen auch nicht mehr vorhanden ist. Also kurz zusammengefasst, Simone hat ein YouTube, das erzähle ich immer YouTube, sie hat einen Instagram-Livestream gemacht mit einer ehemaligen Kandidatin von America's Next Topmodel. Und diese Topmodel-Debatte gab es tatsächlich auch in Amerika, allerdings schon im letzten Jahr. Da wurde da ganz groß drüber gesprochen und die ehemalige Kandidatin spricht tatsächlich öfter über diese Themen. Da geht es auch im Kern um mentale Gesundheit. Und sie hat sich Simone rausgepickt und sie haben da drüber gesprochen, natürlich auf Englisch. Und man kann sich leider nur noch einen Teil dieses Livestreams angucken. Den werde ich aber auch unten in der Infobox verlinken. Das war der zweite Teil, der ist auch interessant. Der erste Teil war fast noch interessanter. Der ist leider, ja, irgendwie ist die Verbindung abgebrochen und deswegen konnte der Livestream nicht gespeichert werden. Ich habe den aber gesehen, war auf jeden Fall sehr gut. Und da wurde halt einiges erzählt. So, jetzt ist es auch der Fall, dass verschiedene Medien auf diesen Fall nochmal aufgesprungen sind, darüber berichtet haben. Und deswegen werde ich euch jetzt nochmal ein paar schöne Zitate vorlesen von dem, was auch in den Magazinen steht. Werde ich auch in der Infobox verlinken. Aber wie gesagt, ihr könnt euch gerne diesen zweiten Teil des Livestreams auf jeden Fall angucken. Also, im Artikel geht es ja darum, dass sich Simone nicht zum allerersten Mal kritisch über Germany's Next Topmodel äußert. Ich muss aber auch dazu sagen, das war auch gerade wirklich sehr dominant im ersten Livestream, den es leider nicht mehr gibt. Deswegen kann ich das jetzt nicht beweisen, was ich sage. Aber ich weiß nicht, ob es im zweiten Teil auch vorhanden ist, aber ich glaube nicht so sehr wie im ersten. Da hat Simone aber auch immer so die Grenze gezogen zwischen Heidi Klum und der Produktion. Also, der Vorwurf ging primär in diesem Livestream an die Mitarbeiter und nicht so sehr an Heidi Klum. Die gleiche Thematik gab es, wie gesagt, auch in Amerika, wo dann die andere Kandidatin dann auch mal so die Frage gestellt hat. So, okay, Tyra Banks ist ja quasi mit die Erfinderin. Sie war der Host von America's Next Topmodel. Gibt es ja, wie gesagt, seit 2018 nicht mehr. Und die Frage wurde dann halt so gestellt, inwieweit bist du involviert? Inwieweit weißt du, was zu den Kulissen passiert oder nicht? Dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil ich weder Tyra Banks noch Heidi Klum bin. Ja, hier steht zum Beispiel, wie gesagt, das sind alles Themen, die in diesem Livestream auch besprochen wurden, dass sie tatsächlich ja nach ihrem Sieg 2019 so ein bisschen untergetaucht ist. Das haben wir auch alle natürlich ein bisschen mitbekommen. Wir alle haben von Simone leider nicht mehr so viel gehört. Doch jetzt hat sie den Mut gefasst, wieder zurückzukommen und hat in diesem Livestream gesagt, dass sie Angst hatte, die Wahrheit auszusprechen. Deswegen hat es jetzt fast vier Jahre gedauert, sich wieder, ich sag mal, ein bisschen dominanter zurückzumelden. In dem Livestream sagt Simone, dass sie zum Beispiel eine alte Fußverletzung hatte. Das ist jetzt für uns nicht neu, das wissen wir, glaube ich, aber ich möchte es nochmal in Erinnerung bringen. Und die hatte sie sich während ihrer Zeit als Leistungssportlerin zugezogen. Und sie hatte während der Dreharbeit natürlich immer so ein paar Probleme. Ist ja klar, wenn du so eine Verletzung hattest. Und hat auch das Finale mit einem Verband absolviert. Und wir alle erinnern uns, dass sie auch oft gestolpert ist, was nicht daran lag, dass sie nicht laufen kann, sondern was einfach daran lag, dass sie diese Verletzung hatte. Wir haben diesen Verband auch gesehen. Und wenn ihr euch zurückerinnert, habe ich ja damals, einen Tag vor dem Finale, so einen kleinen Vlog gedreht, wo ich die Kandidatin besucht habe vom Hotel. Da habe ich ja auch dann auch, ich glaube, das erste Mal auf Simone getroffen. Und da hatte sie auch ganz kurz angedeutet, dass sie auf jeden Fall gesundheitliche Probleme hatte. Also da erinnere ich mich auch noch dran. Sie sagt, dass sie von der Produktion nicht ernst genommen wurde. Sie nutzt meine Verletzung aus. Das hat meinen Körper zerstört. Hier steht, anstatt auf Simones Verletzungen Rücksicht zu nehmen, schickte man sie in viel zu großen High Heels über den Laufsteg. Als sie hinter den Kulissen in Tränen ausbrach und Gastjurorin Lena Gerke um Hilfe bat, habe diese die Problematik ins Lächerliche gezogen. Sie hat mich einfach ausgelacht und gesagt, ich solle mir Klopapier in die Schuhe stopfen. Es war unmenschlich. Sie haben mich seelisch gebrochen. Das sagt Simone. Kann ich nicht so sagen. Das ist eine Behauptung von Simone, bezogen auf die Aussage von Lena, dass Simone in High Heels über die Catwalks gelaufen ist. Hat ja stattgefunden. Das haben wir alle gesehen. Oder auch, ich erinnere mich noch, war das nicht auch mal so eine, wie so eine lebensgroße Schallplatte, wo sie da so drauf gelaufen ist. Und hier geht es auch. Also dieser Bezug zu Lena Gerke wird hergestellt auf die allererste Folge. Weil in der allerersten Folge waren die Kandidatinnen alle in Berlin und hatten so ein Catwalk in so einer, naja, das ist eigentlich wie eine U-Bahn-Station in Berlin. Aber ich habe die stillgelegt. Also auf jeden Fall, ihr erinnert euch sicherlich dran. Dann geht es weiter. Auch nach ihrem Sieg wendete sich das Blatt nicht so gut. Und sie sagt, ich musste Verträge unterschreiben und dann wurde mein Leben die Hölle. Wie alle Gewinnerinnen kamen sie bei der Modelagentur von Günther Klum. Unter Vertrag, doch anstatt lukrativer Jobs herrschte gehende Lehre in Simonis Terminkalender. Sie sagt, sie haben mir alles genommen. Ich habe fast meine Familie verloren, meine Freunde, all mein Geld. Das ist wahrscheinlich bezogen darauf, dass es ja damals die Probleme gab mit der Agentur, dass sie aus diesen Verträgen raus wollte, wie viele andere Kandidatinnen auch. Und man muss auch dazu sagen, dass es die Verträge mit der Klum-Agentur seit 2021 nicht mehr gibt. Also scheinbar hat man diese Problematik bei ProSieben oder bei wem auch immer erkannt. Und genau, Günther Klums Agentur ist nicht mehr Teil von Germany's Next Topmodel. Dann geht es hier weiter. Einer der wenigen Jobs war ein Shooting für das Männermagazin Playboy. Doch auch darüber sagt sie dann, selbst das haben sie mir genommen. Denn Simone wollte aus dem Vertrag mit Günther Klum raus. Habe ja gerade schon gesagt. Einigte sich Ende 2021 vor dem Landgericht. Habe ich damals ein Video drüber gemacht. Der Vertrag wurde dann rückwirkend aufgelöst. Für sie bedeutete das aber, dass die Playboy-Gage zurück an die Agentur ging. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal einen alten Artikel aufgerufen, um das auch nochmal ganz kurz ein bisschen im Detail zu erklären, warum das so war. Kleinen Moment. Also genau, sie hat dieses Playboy-Shooting gemacht. Und zu diesem Zeitpunkt hatte sie wohl die Zusammenarbeit mit der Agentur im Prinzip beendet. Aber der Vertrag lief natürlich noch. So, hier hat sie auch gesagt, das ist ein Artikel von T-Online, kann ich auch noch unten verlinken. Ich habe einen massiven psychischen und körperlichen Schaden davongetragen, so Simone Kowalski. Die Germany's Next Topmodel-Siegerin sei zu dem Vertrag mit der Agentur nach ihrem Sieg gezwungen worden, behauptete sie. Günther Klum sieht das anders. Er hat damals gesagt, unsere Models bekommen genügend Bedenkzeit, nachdem wir ihnen den Vertrag vorgelegt haben. Zudem haben der 75-Jährige und sein Team während des Arbeitsverhältnisses auf ihren Gesundheitszustand Rücksicht genommen. Und das Gericht hat dann damals entschieden, dass der Arbeitsvertrag rückwirkend zum 30. November 2020 aufgelöst wird. Das Model bekommt sein komplettes Gehalt nachträglich gezahlt, muss dafür aber die Gage für das Playboy-Shooting an die Modelagentur zahlen. Die Summe wird Günther Klum an ein Kinderhospiz spenden. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum sie die Gage nicht behalten durfte, wenn ich mich richtig erinnere. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, also verlasst euch nicht drauf. Aber ich habe in Erinnerung, dass es damals bei den Verträgen mit der Agentur so war, dass die Gewinnerin, oder ich glaube, es waren sogar die Top 3 in meinem Vertrag, dass die eine monatliche Pauschale ausgezahlt bekommen, einen monatlichen Betrag. Bei der Siegerin ist das natürlich ein bisschen höher, weil sie hat ja auch diese Gewinnsumme bekommen. Das wird als monatliches Gehalt ausgezahlt, erstmal unabhängig davon, ob du Jobs hast oder nicht. Ist quasi eine Garantie dafür, dass du die nächsten Jahre ein Gehalt bekommst, um dich als Model zu etablieren. Ob man sich jetzt mit der Günther Klum Agentur 1.1 als Model etablieren kann, kann man jetzt in Frage stellen. Ich glaube, diese Thematik haben wir schon geklärt und dann ist es so gewesen, dass alles, was du halt verdient hast, darüber hinaus, ist halt bei der Agentur geblieben. Das heißt, du hast kein extra Geld für extra Jobs ausgezahlt bekommen. Bedeutet, du hast die Gewinnsumme, du musst die in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal, abarbeiten. Wenn du sie nicht abarbeitest, ist es in Anführungsstrichen auch egal, weil du das Geld halt trotzdem bekommst. Aber du bekommst in der Regel halt keine Bonuszahlung obendrauf und deswegen musste die, so habe ich das verstanden jetzt, deswegen musste dieses Gehalt an die Agentur gehen. Der Arbeitsvertrag wurde aufgelöst und sie hat dann rückwirkend noch das Geld bekommen, was irgendwie zustand. So viel dazu. Im ersten Livestream hat sie auch so ein bisschen erzählt über Joy, was auch sehr interessant war. Das, was sie letztendlich so fertig gemacht hat, war der Beef, unter anderem natürlich auch mit den Kandidatinnen, der dadurch entstanden ist, dass man unter verschiedenen Drucksituationen war. Und sie hat aber auch gesagt, dass sie, ja, das inzwischen realistisch einschätzt, dass die Kandidatinnen natürlich auch unter enormem Druck waren, unter enormem Stress. Und, ja, sie klang in der jetzigen Situation relativ versöhnlich damit. So viel dazu. Erstmal an meiner Stelle. Guckt ihr euch den zweiten Livestream gerne an. Der erste, wie gesagt, habe ich jetzt auch schon fünfmal gesagt, ne, ich weiß, ist leider nicht mehr vorhanden. Super schade, hätte ich euch auch gerne gezeigt. Aber gut, das ist jetzt erstmal meine Zusammenfassung. Ich glaube, das mit dem Vertrag war nochmal ein ganz wichtiger, ja, eine ganz wichtige Bonusinformation obendrauf, um das zu erklären, was sie da gesagt hat. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich wünsche Simone natürlich nach wie vor alles Gute. Hoffe, dass wir bald wieder ein bisschen mehr von ihr hören. Haben wir ja zuletzt, die war auf der Glau, habe ich gesehen. Und, ja, das war es erstmal an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.